Hallo, da ist Florian Rackel und ich wünsche euch ein tolles, gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2019. Es ist das News Video zu Jahresbeginn, wo ich ein bisschen was erzählen möchte, wie das vergangene Jahr verlaufen ist und wie das Jahr 2019 anfangen wird und was euch alles erwarten kann auf meinem Kanal, damit ihr ein bisschen einen Überblick bekommt. Als allererstes und an erster Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich habe es geschafft, jetzt nach zwei Jahren 17.000 Abonnenten auf YouTube zu generieren. Ich habe 17.000 Subscriber. Leute, ihr, die meine Videos regelmäßig schaut und ich sehr, sehr tolle Rückmeldungen immer wieder bekomme in den Kommentaren, über E-Mail und so weiter und so fort, auch über meine Social Media Kanäle. Vielen, vielen Dank dafür und der Kanal Florian Rackel Golf soll ja euch weiterhelfen, besser Golf zu spielen. Er soll euch aber natürlich auch unterhalten und da kommen wir zu den planmäßigen Sachen für diese kommende Saison. Und zwar der erste Punkt, auf den ich hier genau eingehen möchte, ist die Technik, der Technikbereich meines Kanals. Mein Kanal ist aufgebaut, oder das Content ist hauptsächlich auf Golftechnik ausgerichtet und das soll und wird auch in 2019 so bleiben. Das heißt, euch erwarten wieder zahlreiche Technikvideos, Lehrvideos, Trainingstippvideos, Übungsvideos. Ich würde das versuchen, breiter zu fächern, dieses Sortiment in der Techniksparte, um euch einfach noch besser helfen zu können, euer Golfspiel zu verbessern. Die Technikvideos, es wird starten jetzt im Jänner noch, Anfang Jänner. In den nächsten Tagen wird eine Trainingsserie starten, wie ihr euren Golfschwung bis zu Saisonbeginn fit machen könnt, verbessern könnt, um das Bestmögliche aus der Golfsaison 2019 herauszuholen, damit ihr einfach fit in die Saison startet und dann nicht in der Saison große Umstellungen machen müsst oder vor euch habt. Diese Serie, wie gesagt, startet in den nächsten Tagen. Es wird eine sehr ausführliche Serie sein, ihr könnt diese zu Hause sowie auch auf der Driving Range mitmachen und üben. Alles weitere dann in dieser speziellen Serie. Weiters zu Saisonbeginn und im weiteren Verlauf des Sommers dann kommen neue Technikvideos dazu. Ich habe vor einem Jahr eben im Winter die Pat-Serie gebracht. Ihr habt in der vergangenen Saison den kompletten Golfschwung-Guide bekommen und hier wird es weitere Videoserien geben, in speziellen Bereichen. Die Videoserien sind sehr gut angekommen und ich denke auch, dass das ein guter Leitfaden ist, um hier die gewisse angesprochene Technik, in dem Fall von vorigen Jahr der Golfschwung im Generellen, ist einfach ein super Leitfaden, um zu trainieren, um den Golfschwung besser zu machen, zu stabilisieren. Also diese Videoserien werden dieses Jahr kommen. Um diese Technikvideos im Gesamten auch noch besser zu machen und euch besser erklären zu können, ihr habt es schon mitbekommen. Ich habe mir einen neuen Launchmonitor gekauft, den Foresight Sport GCQuad. Der einzige Launchmonitor, der seine ganzen Parameter via Videomesstechnik misst und mir die Daten gibt, wie ich sie brauche zum Unterrichten, zum Fitten und so weiter. Anhand dieses Launchmonitors werde ich euch die Technik-Sachen, gewisse Parameter, die dann in den Schwung einfließen, damit ich euch das einfach besser und anschaulicher erklären kann, damit es noch leichter verständlich ist. Der Quad wird immer wieder in Anwendung kommen in meinen neuen Videos im Verlaufe der kommenden Saison. Gut, dann der zweite Punkt sind Kurs Vlogs. Und zwar habe ich gegen Ende des Jahres jetzt ja das Pro-Am-Match mit Blitzi und Spechti gebracht und die Rückmeldung war überwältigend. Gefällt mir extrem, dass euch das so gut gefällt, weil es macht mit den beiden Jungs extrem Spaß und ihr bekommt, so wie viele von euch gesagt haben, ist es so, als werdet ihr fast live dabei. Es ist immer gut zu sehen, wie spielen Amateure im recht guten Bereich, so wie diesen beiden mit ihrem Handicap gegen auch einen Pro. Und das auch noch in diesem speziellen Spielmodus. Das hat sehr, sehr gut harmoniert, glaube ich. Und das hat man in den Videos gesehen. Aufgrund eurer Rückmeldungen, die so zahlreich ausgefallen sind, wird es 2019 eine eigene Turnierserie mit diesen beiden geben. Es wird das gleiche Format sein mit Blitzi und Spechti und es wird eine Jahreswertung geben. Das heißt, wir werden jedes Monat von Jänner weg bis zum Ende der Saison, werden wir einmal im Monat ein Match machen, das über meinen Kanal dann ausgestrahlt wird und es wird eine Jahreswertung geben, bei der es auch um etwas geht. Also wir werden euch hier im Zuge dessen tolle Plätze vorstellen können, aber in einem Matchcharakter gegeneinander, genauso in dem Format, wie ihr es in den vergangenen Matches gesehen habt mit den beiden. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, denn wir werden im Jänner starten am Gardasee. Deswegen, weil es natürlich in Tirol noch nicht geht. Wir werden mit April dann starten mit den Plätzen in Tirol. Somit kann ich auch euch die Plätze mit dieser Turnierserie oder der Matchserie der Jahreswertung, die Plätze in Tirol noch besser vorstellen und zeigen, was euch sicher gefallen wird. Des Weiteren wird es bei den Course Vlogs natürlich auch Matches gegen andere Pros geben. Es kommt jetzt im Jänner noch ein Türkei Special, da war ich mit Philipp Meichernic unterwegs und habe Matchplay gespielt mit anderen Challenges. Ich bin schon sehr gespannt auf das, denn das war wirklich, wirklich eine klasse Reise, eine klasse Filmreise und wir haben hier echt tolles Content für euch zusammengefasst und das wird, wie gesagt, im Jänner noch kommen. Also auch im weiteren Verlauf des Jahres werde ich Matches und Challenges mit anderen Pros bringen, um euch noch besser unterhalten zu können und ich denke, das ist absolut der richtige Weg. Dann als dritten Punkt wird es mehr in den Bereich Hashtag MeinGolf geben. Ich habe vergangenes Jahr auch angekündigt, diesen Bereich zu pushen, damit er auch einen Einblick bekommt, was ich mit meinem Spiel mache, wie ich trainiere, wie ich dann bei den Turnieren spiele. Ich habe mir das vorgenommen, aber allerdings wirklich einfach zu wenig Zeit gehabt, um diese gute Idee eigentlich, wie ich finde, weiter auszubauen. Ihr habt letztes Jahr gesehen, Februar oder März war das, wo ich bei Peter Finch war, bin auch nach wie vor in Kontakt mit ihm und auch bei ihm, mit ihm würde es Matches geben dieses Jahr, das kann ich schon verraten, aber ich werde eben versuchen, dieses MeinGolf aufzubauen mehr. Ihr habt gesehen jetzt, mein letztes Video von 2018 war die FSX Skills Challenge in Verbindung mit dem GC Quad. Die Skills Challenge wird ein Teil dieses MeinGolf-Bereichs sein. Es wird eine eigene Playlist dann sein auf meinem YouTube-Kanal und ich werde diese Skills Challenge auch einmal im Monat machen, um hier einfach auch den Fortschritt für mich selber auch zu dokumentieren und an den Highscore zu gehen und versuchen, ihn immer zu überbieten und werde natürlich auch selber trainieren dazwischen und werde auch hier versuchen, wie ein kleines Videotagebuch euch auf dem Laufenden zu halten, wie es bei meinem Spiel so aussieht, was ich für meine Verbesserungen tue und wie ich trainiere. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt heuer, den ich auch unbedingt ausbauen möchte und ich denke, dass das auch ein guter Leitfaden sein kann für euch, wie man sinnvoll und sehr effektiv trainiert, in Verbindung dann immer mit einer regelmäßigen Challenge, mit einem regelmäßigen Test unter Anführungszeichen, damit man auch die Fortschritte dann wirklich sieht. Hierzu werde ich natürlich dann auch versuchen, bei den Turnieren, an denen ich teilnehmen werde heuer, ich hoffe, es werden wieder etwas mehr sein wie die vergangene Saison, werde ich auch hier versuchen, immer ein Video zu machen und euch am Laufenden zu halten, wie es dann aussieht und euch zu berichten, wie das Training fruchtet oder was ich genau als Verbesserung spüre und so weiter. Das ist der Mein-Golf-Bereich, da wird es dann wie gesagt in Kürze eine eigene Playlist auf meinem YouTube-Channel geben und das ist so wie ein kleines Online-Video-Tagebuch von meinem Spiel. Gut, dann der nächste Punkt ist ein ganz, ganz großer für mich und zwar wird es ab April, voraussichtlich wird es Mitte April sein, vielleicht auch ein paar Tage früher, wird der Launch meiner neuen Webseite sein. rackel-golf.at, so wie auch bis jetzt, ist ja noch eine, sag ich mal, kleine Webseite mit den notwendigen Informationen, die man über mich braucht, um mich zu kontaktieren und das Angebot zu kennen. rackel-golf.at wird aber ab Mitte April sehr, sehr groß. Es wird einen Videobereich geben, der den größten Teil der Webseite darstellt und zwar wird hier Content veröffentlicht, das auf YouTube nicht zu sehen sein wird. Jetzt keine Angst, als allererstes und als wichtigstes möchte ich euch sagen, dass YouTube nicht schlechter wird vom Content. Das ist mir nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. YouTube wird besser. YouTube wird immer besser. Ich versuche mich immer zu verbessern in den Videos und euch wirklich tolles Content zu geben, um euch bestmöglich helfen zu können. Aber es wird eben auf meiner Webseite den Bereich geben für Videos, Technik-Videos, den es auf YouTube bis jetzt noch nicht gegeben hat und auch so nicht geben wird. Es wird, die Videos werden kategorisiert in den verschiedenen Sparten, sei es von Driver, Eisenspiel, Hybrids, Ferwehölzer, sei es kurzes Spiel, Pitchen, Button, Chippen, Bunker. Es wird hier zahlreiche Videos geben, die wirklich sehr geordnet kategorisiert sind für alle Bereiche des Spiels, inklusive Übungs- und Drillvideos. Das wird es hier alles geben. Die Webseite wird starten, wie gesagt Mitte April, mit einem guten Grundcontent und das wird dann monatlich natürlich erhöht und hier wirklich ein super, eine Trainingsplattform für euch zu schaffen. Natürlich wird es auch dann ab Sommer weiters, ist dann geplant, eigene Online-Videoserien, so Trainings-Videoserien geben, wie ein Coaching-Plan online über Video. Das heißt, ich begleite euch über eine gewisse Zeit mit einer gewissen Anzahl von Videos, die ihr mitmachen könnt. Also es wird ein Online-Trainingsplan über Video sein, den ihr nachmachen könnt, mittrainieren könnt und nach dieser Zeit ein gewisses Ziel erreichen sollt. Also auch hier versuche ich wirklich den nächsten Schritt zu machen, um euch perfekt und so gut wie nur irgend möglich betreuen zu können, um euer Golfspiel zu verbessern. Das ist ein großer, großer Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wie gesagt, das als Zusatz zu meinem YouTube-Content, das natürlich auch mehr und besser wird als in der vergangenen Saison. Das ist einmal der grobe Fahrplan für die Saison 2019. Zum Start hin und die großen Sachen, die kommen werden, es werden natürlich, werde ich noch Sachen mit aufnehmen in den Jahresplan. Natürlich auch die Sachen, die ihr euch wünscht. Ich habe natürlich alle eure Wünsche, ich habe das mal auf Facebook und auch auf YouTube und auch alles, was an Kommentaren dazu kommt, habe ich euch schon oft gefragt, was wollt ihr sehen, was braucht ihr, was wünscht ihr euch von meinem Kanal. Das habe ich auf mehreren Kanälen bereits gemacht, so eine Umfrage und habe die ganzen Sachen natürlich zusammengetragen und werde hier die Sachen, die am meisten gewünscht werden, natürlich in meinen Jahresplan mit aufnehmen und werde euch somit genau das bringen, was ihr wollt. Denn das ist ja der Sinn der Sache. Ihr seid mein Publikum, ihr schaut meinen Kanal und es soll natürlich das zu sehen sein, was ihr braucht und was ihr euch wünscht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Solltet ihr Wünsche, Anregungen haben, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt und ihr habt es mir noch nicht über einen Kommentar oder ein E-Mail oder über irgendeinen Weg mitgeteilt, dann kommentiert das hier unter dieses Video dran, was wollt ihr auf meinem Kanal 2019 noch sehen, abgesehen von dem, was ich euch jetzt hier schon vorgestellt habe. Natürlich werde ich das in das Programm dann mit aufnehmen. Gut, das war es mal von dem News Video. Ich denke, es ist einiges neu und einiges dann hoffentlich auch besser. Ich wünsche euch einen guten Start in das Jahr 2019. Werdet nicht faul mit dem Training. Fangt an, wartet nicht bis in den März, denn da ist es dann schon reichlich spät. Da steht dann die Saison schon vor der Tür und genau für das kommt im Jänner die Videoserie, wie ihr den kompletten Schwung zu Saisonstart hin fit bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bitte kommentiert, wie gesagt, unten dran eure Wünsche, eure Anregungen. Ich werde auf dieses Video jetzt besonders schauen und euch versuchen, so schnell wie möglich ein Feedback auf die Kommentare zu geben. Schreibt unten dran, liked das Video, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen und wir sehen uns dann bald mit der ersten Technik Videoserie im Jänner. Bis dahin, viel Spaß, schönes Spiel, euer Flo.